Unsere Zielperson wurde als außerordentlich gefährlich eingestuft. Rauschgift, Waffenhandel, die ganze Palette. Können Sie ihm das nachweisen? Sie wissen doch ganz genau, um wen es sich hier handelt. Wir reden hier ja schließlich nicht über irgendeinen Kleinkriminellen. Wenn dem verdeckten Ermittler auch nur der geringste Fehler unterläuft, dann könnte das zu einer Katastrophe führen, ist Ihnen das bewusst. Die Stadt der Indien. Nein, schade. Nein, schade. Wie alt bist du? 24. Ja. Indien, UK, USA. Ja. Du brauchst einen Freund? Für alle meine needs? Ja, vielleicht. Wir haben beide verloren. Was hast du denn dabei verloren, Atze? Du bist so mieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Nein, nicht so. Kann ich denn mal miteinander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein.